Weiß ich auch nicht wo der hin ist. Ah, ich sehe ihn. Er ist bei mir. Er geht Richtung Feuer Exit. Ist beim Feuer Exit? Ich krieg den noch. Ja, Kevin hat halt nen Bart, ne? Nicht so wie du. Ich hab ein Foto von Kevin gefunden. Ey, das gibt's doch nicht. Kevin! Aber sieht halt eins zu eins aus wie Kevin, ne? Fensterbank Twitch TV. Ja, das war'n. Ja, ich muss big red. Na gut, dann nice. Bist du big red, oder? Ich bin big red, ja. Dann sind wir Spieler. Bei dir? Ja, der kommt grad zu Crossroads. Zum Exit. Jetzt schon? Ja, weiß ich ob er da Extracten muss. Bin aufm Weg. Muss sehen. Wahrscheinlich Extracted. Ne, der ist am Tank. Ich renne ihn rum. Ah, du triffst den. Das ist am Tank, den man markieren muss. Ich weiß nicht. Vorher auch. Ich seh'n nicht. Ich pushe. Achtung weg. Vorher nicht. So. Was? Ah, ich dachte, beim Tank den man markieren muss, was wär' der da? Naja. Naja, weil du meintest, der ist da. Naja, weil du meintest, der ist da. Uh, der ist ein hübscher, klar. Äh, ah, da. CCTV. Das ist echt ne cute, der Ada. Na, weiß ich gar nicht. Nehm' ich die, oder wär's du die? Na, wenn du nicht würdest du die wichtig. Ich nehm' die nicht. Na, nehm' ich die. Ja, nehm' du die. Ich muss sagen, das SMG hier ist schon böse. Die ist richtig nice. Also, ich fand die cool. Ey, die ist richtig geil, ja. Session NPC war aber halt Early-Game irgendwie. Aua. Von hinten, vom Exit. Ich seh' nicht. Ah, ich seh' ihn. Er ist hinter den Luster gegangen. Oh. Oh, noch einer. Ich muss mich hinlegen. Oh, ein Painkiller. Endlich wieder da. Mhm. Seh' ihn nicht. Ja, der war ein bisschen weiter links beim Exit. Der wird an der Ecke stehen gerade. Ich nehm' ihn mal. Ist das stehen? Ich bin tot. Ich hab' ihn nicht gesehen. Der müsste im Busch sitzen. Okay. Ich hab' ihn nicht gesehen. Ich hab' ihn nicht gesehen. Ich weiß, wo er ist. Das ist genau beim Exit. Es ist nicht so. Sie bist dunkel für mich. Er ist tot. Er hat auch guten Shit. Ein AVR ist ein volles. Ein OPS-Gast, die gemoddete von Mechanik. Schon nice. Aber die Dinger setzen aktuell die Schüsse mit der... ...mit der VPO. Aber das bleibt so. Aber konntest du den hinten überhaupt marken jetzt? Den einen ausgemarkt werden. Ah, einmal. Dann müssen wir hier nicht mehr in die Ecke. Oh nein, Scabby. Kopfschul, Kopfschul, kommschul. Chill dein Leben. Nee, Versicherung ist schon wichtig, Alter. Ohne Versicherung ist das Game brutal. Alter, die sind so heftig. Ich brauch so ein fettes Go, weißt du? Und der Typ war so... Ja, ja, pfff, hier mal mein Iron Swipe, ja, pfff, ich seh den da ganz genau, da halt. Meiner VPO 30 Durability, ne? Zimmer ist da mal. So, Gas Station ist offen. Amina. Ah, deine Makler hab ich dabei. Easy. Vier Stück. Easy, meine raus. Next run. Ah, ich mag die. Die ist echt geil. Naja, gut. Ich muss aber ehrlich sagen, eben was... Ich weiß nicht warum, aber... ...bei den vielen Energy Drinks, eben wenn ich die nehme, ich bin so richtig hyperaktiv, weißt du? So aufgedreht, so unnötig. Ich weiß nicht, was Holy anders macht, ich glaub die Zero ist aber weniger. Dafür eine super Ergänzung oder so, aber ich hab das bei denen nicht. Bei denen bin ich aber wach, ich find die zum Zocken super. Ach so, die Marker? Ah ja. Ähm, ja, ich schmeiß die hier auf den Boden, ne? Ah ja. Gewinnt, schaff. Gib mir alles. Ja. Bonds. Ich hab so nen miesen Engel. Zwei Stück. Beide tot. Oh, die Nachlal-Animation ist ja mal geil. Alter, ist die Nachlal-Animation geil von dem Teil. Hm. Oh, die sind so schnell durchgerannt. Im Match sind die werden langsam gekommen. Komm, der Engel ist ja richtig mies. Werdet ihr ein bisschen langsamer unterwegs gewesen? So, zack, zack, Double-Tap bei der Torte. Zwei Timmis. Timmis? Ja gut, Level 12 ist jetzt kein Timmy mehr. Ja, guck dir mal an, was die mithatten. Ja, die machen Budget Run. Das Dash Run. Das Nachlal-Animation ist einfach... Oh mein Gott, Scaf, Junge. Mach doch nicht so was. Er zieht sich irgendwie aus der Brusttasche. Wird das richtig... Also so kleine Dinge faszinieren mich irgendwie. Guck, das sieht einfach cool aus. Ah, Big Red? Wenn du irgendwas machst, wie er die so einklappt und so wegsteckt. So wie in die Hosen. Ja, ja. Genau, wie bei der MP7 auch. Das sieht einfach cool aus. Was ging heute so? Looten und Level, ey. Level und Level. Looten und Level. Heute war ziemlich schädlich bisher. Hm. Okay. Hey, Sergeant to the Red. Danke für den Prime, mein Lieber. Muchas gracias. Ach, schade. Oh mein Gott. Oh. Alter, ich hab Schiss vor den Scaps mittlerweile. Ich hab einfach Angst vor denen. Ich find die scary. Da geh mein sich gar nicht. Auf der anderen Seite der Mauer. Wo? Äh, zur Straße. Aha. Okay. Och, jetzt geh ich nicht hier runter. Nah an der Mauer oder eher weiter weg? Nee, der müsste nah sein. Okay, ich geh außen rum, okay? Lass mich nicht so hundertprozentig auf den Zaun. Ja, das Audio ist aktuell. Ja, da kommt einer aus dem Wald. Ah, das ist ein Scaps. Ist gut. Ja gut, wenn ein Scaps aus dem Wald kommt. Weißt du, der Spieler ist dead. Kann sein. Also ich seh dich oben. Vor dir seh ich nichts. An der Wald, am Busch da. Ja, hoppala. Ja, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht, wo der hin ist. Ah, ich seh ihn. Ist bei mir. Ich glaube tot. Er geht Richtung Feuer-Exit. Komm, komm. Kommt von der Straße. Er lebt noch. Ich probiere ihn aus den Augen verloren. Ist beim Feuer-Exit. Ah, ich krieg ne noch. Du hast PMC kämpfe. Du hast die Ausdauer. Ist er Abyshin? Oh, nein. Freut dich auch nicht, Anne. Oh, das war richtig gemein irgendwie. Hast du den jetzt echt im Extract gekillt? Oh, du Assi. Habst du bei mir angehört? Ja. Das ist Level 20. Der kann das verkraften. Oh, der Abi-Junge. Das ist echt mies. Aber fairerweise muss man sagen, der Fight hat ja weiter vorne begonnen. Weißt du, was ich meine? Und der hat sich verpisst. Also so gesehen, habe ich ihn nicht am Exit geholt, sondern wir haben woanders den Fight begonnen und der Fight wurde in den Exit gezogen. Von ihm. Genau. Genau. Schimmel, er ist selber schuld. Nee, das ist so mies, ey. Das ist so freaking mies. Also geh noch kurz hoch auf die Baustelle, ne? Oh, die Star Wars-Maske. Hast du einen Helden dafür? Ja, kein Haufen zur Not. Ah, ich habe ihn weggeschmissen. Ich dachte gerade, ich habe ihn. Sätt ich ihn denn gedroppt, aber... Oh. Oben, oben, oben drauf auf der Baustelle. Ja. Und ich habe keine Stamina, um das über sich zu geben. Hast du ihn? Nee, nur angeschossen. Hab ihn. Schön, Alter. Da liegt noch einer. Warte, ich gucke. Vielleicht waren es mehr als einer. Nö. War nur einer. Level 31. SVD SR. Alter. Und das für einer. Guck dir mal an, was der hat, der Mann. Der f***. Der hat aber ordentlich was gekillt. Guck mal. Dogtechs sind im Rucksack. Nimm dir, was du willst. Ne, ich nehme den Rest. Willst du die SR haben? Oder ist das deine? Ne, das ist seine. Aber ich würde die nehmen, wenn du die nicht willst. Ja, ich nehme die SVD. Die müsste man eigentlich auch klein machen können, wie die MP7, oder? Ah, zwar. Irgendwie nicht. Also nicht ganz so klein, wie die MP7. Ja, die kann man nicht auf einen Slot reduzieren, okay? Oh, den Mustache, den will ich anziehen. Gibt ein Bier nicht Energy? Doch, Jela. Guck. Ja, ich kann das das MRE geben. Ach, ein Bierchen. Aber die Gun ist schon... Also, wenn du anfängst zu schießen, hast du schon ein bisschen Recoil. Also, sie kickt schon. Aber wenn du dann sofort in die Hüfte gehst und Recoil kontrollierst, ist, like, damn, die sprayt so sauber. Mag die gern. Cordura. Ist ein Motor, was wert, Leute? Hier, Car-Battery-Schimmel. Geil. Easy, easy, easy. Tabam, tabam. Es ist halt aktuell mit diesen tiefen Skills, ne? Es hat schon hart durchzukommen, wenn du eine Länge Runden hast. Mit so viel Loot. Ja, schon wieder geiler Raid. Ich mag die Knöfte. Die ist echt... Die ist anders geil. Außerdem bezüglich Tarkov, wenn ihr auf der Suche seid nach einem Tool, was euch Leute zum Zocken finden lässt, Infos austauschen oder einfache Tools, um zum Beispiel Preise zu checken, dann haben wir aktuell einen Discord mit über 1000 Nutzer am Start. Hier findet ihr alles, was ihr braucht. Ihr könnt auch dynamische Channels erstellen. Bin im Fall, dass ihr mal in einer kleinen privaten Runde spielen wollt. Das und vieles mehr. Link zum Discord unten in der Beschreibung.